Willkommen auf meinem Ameisenkanal Asama. Ich möchte euch heute meine Crematogasta Scutellaris vorstellen, die ich vom lieben Starzahn bekommen habe und seinen Kanal werde ich oben rechts in meiner Infobox verlinken und als kleiner Zusatz habe ich mir gleich zu dieser Kolonie eine kleine Ameisen-Fütterungshilfe gebaut quasi. Ich nenne es einfach Easyfeed und die werde ich euch auch noch in einem Video mit vorstellen. Ja, kommen wir erstmal zur Kolonie. Also das wird jetzt eine Art Steckbrief Video und danach zeige ich euch noch ein bisschen was zu dem Easyfeed quasi. Die Crematogasta Scutellaris gehört zu den Knotenameisen und lebt in Südeuropa bis Zentralasien, meistens in Wäldern, kann aber auch in Dachstühlen bzw. in Holzdächern quasi sich einnisten. Diese kleine Art ist ziemlich weit verbreitet bis nach Zentralasien über Südeuropa im Mittelmeerraum und ist auf jeden Fall monogen. Die Ameisen sind markant gefärbt mit einem roten Kopf und alles was dahinter ist ist eigentlich, wenn man es so sieht, dunkelbraun bis schwarz und sie sind sehr klein. Die Arbeiterinnen haben gerade mal eine Größe von 3 bis 4 Millimetern und die Königin von 7 bis 9 Millimetern. Bei meinen Aufzeichnungen konnte ich leider die Königin nicht mit filmen, weil die sich gerade versteckt hat. Und ja, aber dieser geht super. Vielleicht mache ich mal noch ein kleines Nachtragvideo, wo das mit dazu kommt. Genau. Die Ameisenart besitzt keine Soldaten und frisst eigentlich alles, was ihnen vor die Mandiben kommt. Und gerade Honig, Wasser und Zuckerwasser nehmen sie hervorragend an. Sie fressen gerne Fliegen und Mücken, im Video jetzt auch ziemlich gut zu sehen. Und sie haben auf jeden Fall auch eine Winterruhe. Das für 3 bis 6 Monate, meistens so von Oktober an. Diese Art hat auch einen sehr späten Schwarmflug, meistens erst August, Anfang Oktober, je nach Region, je nach Temperatur natürlich auch. In der Ameisenhaltung kann man eigentlich auch jede Nestform anbieten, gerade Yutongnester und Gipsnester, aber ganz besonders natürlich auch Holznester. Bei dieser Art kann man auch sehr schön sehen, wenn sie sich bedroht fühlen, denn dann heben die Arbeiterinnen ihren Gaster nach oben, so skorpionartig. Und man sieht dann oben auch so einen kleinen Tropfen an ihrem Gaster. Sie haben auch einen Stachel, wobei sie den glaube ich weniger einsetzen. Wenn sie dann den Gaster mit gehoben haben, entweicht automatisch auch ein Abwehrsekret, was man als Mensch auch ziemlich gut riechen kann und das soll natürlich dann auch erstmal Feinde abschrecken und auch ihre anderen Arbeiterinnen alarmieren, dass da eben eine Gefahr ist. Das kann man auch sehr schön beobachten. Krematogastus gutelachis wächst auch sehr sehr schnell und sie mögen auch sehr Wärme. Also meistens wird sie so zwischen 20 und 24 Grad gehalten im Nest, aber ich halte sie ein bisschen wärmer, einfach damit sie noch ein bisschen schneller wächst, was auch so also ziemlich rasant ist, wie man an sehr vielen kleinen Eiern sehen kann. Und die Brut, die wird dann auch immer genau an den Ort quasi der Wärme gebracht. Ich habe das auch mal mit einem kleinen Experiment gemacht, in dem ich einfach dieses Heizkabel direkt auf die Scheibe gelegt habe und da sieht man direkt, wie sich die Ameisen direkt an die Scheibe, an das Kabel gelegt haben bzw. auch die Brut drangelegt haben. Die machen auch richtige Brutberge, was auch ziemlich cool zu sehen ist und lassen sich im Nest auch gar nicht stören. Auch schön zu sehen ist jetzt hier gerade, dass die Ameisen mit ihren Gastern hinten so anfangen zu schwingen. Das ist einfach, dass sie ein Pheromon abgeben, um die Stelle zu markieren, wo es gerade Futter gibt, um sozusagen noch mehr Ameisen von oder noch mehr Arbeiterinnen anzulocken. Gerade bei Protein werden die Ameisen diese nicht in das Nest tragen oder ins Nest ziehen, sondern diese tun sie direkt vor Ort quasi zerlegen und bringen das in kleine Stückchen ins Nest und können die auch lagern. Also gerade auch Proteine von Schokoschaben oder Fliegen reißen sie sozusagen außerhalb des Nestes ab oder gerade wo sie das Tier gefunden haben und tragen sie dann ins Nest und können die auch lagern. Das ist ziemlich interessant, weil erstens kann man das ziemlich gut in der Ameisenhaltung beobachten, weshalb ich die Art auch sehr gut empfehlen würde, wobei es noch ein kleines Kontra gibt, das sage ich aber gleich noch und die verstopfen quasi keine Rohre, wo sie die Tiere durchschleppen müssen. Und was ein kleiner Nachteil ist, die Art ist sehr ausbruchsfreudig, weshalb ich auch dieses Easy Feed entwickelt habe, wobei man das auch bei anderen Arten sehr gut anwenden kann, gerade auch bei Myrmika-Arten, die etwas viel sind und aggressiv sind. Und das würde ich euch jetzt einfach mal vorstellen, das ist einfach, also ich habe jetzt quasi hier zu Hause bei mir die Reagenzgläser vorne an den Nestern dran, wenn ich dann wieder bei mir zu Hause, also in meinem zweiten Wohnsitz bin, kommen die dann wieder richtig an ein Formikalium ran oder an eine Arena ran. Und in dem Reagenzglas muss ich diese füttern und wenn ich jetzt jedes Mal das Reagenzglas abziehen würde, da würden so viele Ameisen entweichen, dass es sehr schwierig wäre, die schwere, die wieder einzufangen. Und deshalb habe ich mir dieses Easy Feed ausgedacht, das ist einfach so ein Loch, was ins Reagenzglas gebohrt wurde, mit einem Bohrer, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass das Reagenzglas quasi nicht einen Riss bekommt. Und danach habe ich das einfach die Kanten mit feinem Sandpapier oder einem Messer quasi gesäubert, also entgratet quasi. Und als quasi Schluss habe ich dann eine Art Ring mit einem tropfenförmigen Loch quasi über das Reagenzglas geschoben. Und das verschließt dann quasi das Loch, also das Geboteloch in einem Reagenzglas. So wenn man jetzt die Ameisen füttern möchte, zum Beispiel mit Fliegen oder Zuckerwasser, kann man dann quasi diesen Ring aufschieben mit der Pinzette rein und schnell wieder zuschieben. So wird natürlich erstmal ein ganzes Stückchen minimiert, dass Ameisen entfliegen können. Und die Frage ist natürlich, warum ist das jetzt ein Tropfenförmig? Einfach aus dem Grund, man kann jetzt einfach nur ein bisschen aufmachen und mit sozusagen die spitzere Seite von einem Tropfen und mit dieser kann man dann einfach eine Nadel reinhalten von einer Spritze und die Ameisen somit besser mit Zuckerwasser füttern, ohne dass sie gleich rauskommen. Bei Fliegen muss man dann ein bisschen fixer sein, weil man muss ja natürlich da mehr aufdrehen diesen Ring und danach natürlich wieder zudrehen. Einziges Mango ist eben, man kann nicht durch den Ring gucken und ja, sieht jetzt nicht ganz so hübsch aus, aber es ist zweckmäßig. Gerade für Leute, die ihre Ameisen nicht für Freiraum geben, weil sie einfach noch nicht so groß ist, die Kolonie, ist es perfekt. Und ja, ich hoffe euch hat das kleine Video gefallen und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses findet, wenn ich so ein Steckbrief Video mache und was ihr zu den Easy Feeds sagt. Ich werde natürlich diesen Easy Feeds wieder zu den Reagenzlasern, die ich immer mit zu meinen Nesten liefere, als Durchmesser quasi mit hochladen. Vielleicht werde ich auch noch mal andere Durchmesser mit hochladen, damit ihr euch das auch selber bauen könnt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr da habt. Natürlich kann man diesen Easy Feeds auch um sozusagen Rohre legen, um diese Gummirohre oder Plexiglasrohre. Und ja, ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen, das würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020